Ja, liebe Leute, was ist los? Post bekommen und zwar von Sony. Na, was haben wir denn da? Das Sony Xperia 10 IV, aha, zweites Telefon, Smartphone, Sony Xperia 5 IV, sehr schön. Und alle guten Dinge sind 3 bei Sony, Sony Xperia 1 IV, das Flaggschiff. Sony hat es gut mit mir gemeint und das komplette Produkt-Line-Up mir gesendet. Fangen wir mal mit dem kleinsten, mit dem günstigsten an, das ist mit die Mittelklasse, das ist Sony Xperia 10 IV, das ist dann das Ding hier. So sieht es dann von innen drin aus, sehr schön, mit Stock-Android beinahe. Dann haben wir das Sony Xperia 5 IV, ein wirklich sehr, sehr hochrangiges Flaggschiff von Sony. Ja, auch Stock-Android und natürlich das Oberpremium-Flaggschiff von Sony, das Sony Xperia 1 IV. Das ganze Ding hier kann sogar 4K aufnehmen und bis zu 120 Bilder in die Sekunde. Ja, liebe Leute, da hat es Sony mit mir wirklich sehr, sehr gut gemeint und ich habe schon Schweißpillen auf der Stirn. Drei tolle Testgeräte, drei tolle Smartphones von Sony, wenn ich mir die kommenden Wochen ausfühle und die Lupe nehme.